Roger besitzt einen Campingplatz, und zwar einen richtig schönen Campingplatz. Erstmal die Lage, fantastisch. Das ist Südwesten von Frankreich, direkt am Meer. Und er hat das wirklich fantastisch gemacht. Also es ist eigentlich ein Luxus-Campingplatz. Es gibt Pools, es gibt Spa, Massagenanlagen und etc. Also muss man sich eher vorstellen, es ist kein wirklich Campingplatz, sondern das ist, als würdest du in einem Fünf-Sterne-Hotelzimmer dein Zelt aufschlagen, so ungefähr. Also ehrlich gesagt, für mich ist das nicht Camping. Für mich Camping, das ist, wenn es ins Zelt regnet. Das ist Camping. Und du frierst die ganze Nacht und du musst kalten Bohnen aus der Dose essen. Das ist für mich Camping. Deshalb gehe ich auch nie campen.